ja hi freunde ich habe einen neuen kleinen Lidl leak für euch es sind leider nur diese drei artikel warum mache ich das trotzdem ganz einfach weil wir die möglichkeit haben unser feuerwerk bei Lidl in der Lidl plus app wie man sie hier sieht online ab den 7.12. reservieren zu lassen bis zum 27.12. ja das ist so der grund warum ich das mache auch für die die nicht im feuerwerksfonds aktiv sind oder keine social media haben und da irgendwas zu verfolgen bzw kein interesse daran haben dann war hier die drei artikel guter mittemäßiger und einer der scheiße ist wir haben hier zuerst das fantasy jede rakete hat mittlerweile einen zerlegereffekt wenn es auch gut dass jedes mal die kirche anfängt zu leuten wenn ich hier mein video machen will dankeschön wir haben vier dicke brummer zwei 50er packs knallerbsen zwei sonnenvögel vier knallfrösche ne domino fontäne ne junior chico fontäne ne quattro vier superböller das müssten glaube ich superböller 1 sein römisches licht haben wir zweimal diese ekligen mini knaller mit 30 stück im pack die könnte weko mal langsam verleiten und so einen kleinen knallteppich draus machen oder ihr haut einfach alle auf den haufen und hören sie gleichzeitig an dann haben wir zuletzt noch acht china knaller in dem sortiment und für 7 euro 53 ihr fragt euch jetzt warum der preis so komisch ist da fehlen die drei prozent beziehungsweise wurden halt abgezogen wegen diesen mehrwertsteuer rabatt da oder wie man es nennen will dann haben wir hier eine absolute nicht kaufempfehlung das ist die casino royal oder auch excalibur und was weiß ich was sie noch für namen hat 36 schuss zwei minuten brenndauer ist einfach zu viel des guten die effekte sind gut keine frage aber die batze an sich ist halt trotzdem einfach schrott weil das selbst wenn ihr die doppelt anzündet von beiden zündschnuren aus sind wir immer noch bei 60 sekunden und dafür 36 schuss ist immer noch viel zu viel lasst liegen den dreck ja obwohl dreck kann man nicht sagen die effekte sind halt gut aber ja dann haben wir ja auch als letztes schon wieder leider die schrille heuler batterie die lord of whistle war glaube ich eigentlich bei 8 99 wenn ich mich recht im sinne egal für die dies mögen können sie es trotzdem noch mitnehmen für 9 euro 69 ja ich schätze mal ohne rabatt würden die glaube ich 99 kosten weiß ich nicht wir haben hier die kleine anmerkung alter effekt aber plastikfrei das heißt diese teile hier diese kleinen kügelchen oder was das ist ich habe die die batze noch nie weil die mich auch nicht interessiert hat jetzt kein plastik mehr sondern ist irgendwie pappe papier oder keine ahnung was da drauf ist ja ein bisschen umweltfreundlicher weil es ja immer wieder leute gibt die deswegen rumheulen weil das zu viel plastik beinhaltet und so ja das war es auch schon wieder mit diesen kleinen mini league ich hoffe der prospekt kommt vor den siebten online dann werde ich da endlich das ganze video machen können wie gesagt es ist nur für die leute die es jetzt interessiert die kein social media oder ähnliches haben oder zeitlich verfolgen dann danke fürs zusehen lasst mir ein abo da lasst mir eine bewertung da schreibt einen kommentar und bis zum nächsten video